Wir sind halt Anfänger, wenn ihr auf den Kanal stößt, seht ihr alles Noobs, Kacknoobs. Nicht Spaß. Alter! Und, und, und herzlich willkommen. Mein Name ist MegaTheGaming, das zeigt wieder spät mit mir und lasst es für euch spielen. Ich bin nicht alleine, wir spielen so high. Wer ist wir? Mit dabei ist der Maurice. Hallo. Der drunken Unicorn-LP. Und, äh, ach du scheiße, Leo. Ja, ach du scheiße. Wir spielen so high und ich, oh Gott, was bin ich? Ja, wir spielen, oh Gott, oh Gott, was? Ich bin ein Stein. Wo soll ich mich? Ich bin der gleich am Spawn so rechts mal. Ja, also ich bin ein Bücherregal. Ich bin Bücherregal. Findest du wieder witzig? Stehst du da noch am Spawn so in einer Ecke? Hier, bist du das? Ich bin nur ein Stein. Nee, bin ich nicht. Man kann auch gar nichts kaputt machen. Egal, ich schäme mich jetzt hier hin. Also, ich habe mich in eine Workbench gestellt. Ach so, ja, ich schäme mich. Ihr seht nicht. Aber am besten geht ihr nicht direkt vor uns. Versteckt euch, ne? Ja, ähm, ich habe denen gesagt gehabt, die drei dürfen sich auch vorstellen. Wir fangen am besten, ja, eine Workbench über eine Workbench. Fällt ja überhaupt nicht auf. Das ist ja mal echt krass, Jungs. Wir fangen an mit Drunken Unicorn LP. Ja, und zwar, mein Name ist Drunken Unicorn LP. Wir sind ein Kanal von zwei Leuten, die Let's Battles von Yu-Gi-Oh! Dev Pro machen. Minecraft Großprojekte, wie jetzt zum Beispiel demnächst kommend ein Hex-Hit-Projekt. Ähm, ja, und das war's so eigentlich von uns, so momentan bisher. Okay, okay, danke für deine Vorstellung. Äh, der nächste, bitte. Ähm, okay, dann mache ich mal weiter. Ich bin der German Gamer. Also, ähm, auf YouTube findet man mich leider noch nicht gut, weil ich zwei, drei Videos gemacht habe. Also, ich bin noch gerade so im Aufbau und, äh, ja, suche mich am besten erstmal lieber nicht auf YouTube, weil das sind andere ganz viele German Gamers und mich, weil ich halt noch nicht so bekannt bin, aber, ähm, Fahli macht dich bestimmt in seine Videobeschreibung, oder? Ach, Quatsch. Ja, ähm, ja, das war's dann. Und der Mekker, Maurice. Hallo. Ja, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, ja, ihr findet mich auf YouTube, ähm, mit dem Namen KillerLP. Ich hab jetzt zwar keine Videos, bis auf eins, aber es ist jetzt nicht länger her, aber, ja, von GTA, aber ich spiel das eigentlich gar nicht mehr so. Jo. Ja. Jo, ihr könnt ja mal bei dem vorbeischauen, Link dazu unten, in der Videobeschreibung, wer hätte es gedacht. Was bedeuten eigentlich die Zahlen, wenn ich hier bin, schlaue? Bo. Ja, ich bin ja schon, äh, down. Ja, wie viel Hits du machst? Ja, aber auch. Ach, ich noch nicht. Ich bin ein Beacon. Ja, ein Leuchttweiler. Du bist ein Beacon. Ja, ihr könnt ja ein bisschen mehr reden, also, ne, ihr braucht euch nicht aufschauen. Ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen unprofessionell der Maurice am kaputthauen. Merkt man. Du, kleiner Sand, oder? Komm, ey, jetzt, komm, komm. Ah, ich lebe noch und keiner findet mich, obwohl ich so nah am Spawn bin. Und obwohl ich ein Beacon bin, also, Entschuldigung, auf der Map ist kein einziges anderes. Boah, hier hätte ich mich so locker geil verstecken können. Und ich wusste nicht, dass ich überhaupt irgendwas machen sollte. Ich laufe hier einfach rum, sinnlos und mache nichts. Und auf einmal sehe ich da so eine Werkbank, die über irgendwas schwebt. Und dann auf einmal schwebt da mich jemand, drehe mich um und dann auf einmal sehe ich nur eine Werkbank mich schlagen. Da hilfst du mal, wenn die die Türen offen lassen, weißt du, und sich voll verraten dadurch. Ja, da bin ich jetzt auch gestorben. Oh. Oh, ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Ja, gewonnen hat der. Ich habe am längsten überlebt. Wir haben zwar nicht schon vorbei, oder was? Ne, ist noch gar nicht vorbei, es sind noch 100 Sekunden, hast du noch. Ja, aber ich habe am längsten überlebt. Gefunden. Alter, warum kriegst du keinen Schaden? Beziehungsweise er. Wer ist er? Meinst du mich, oder was hast du denn gestorben? Ja, ja, ich bin öfters gestorben, nur eben, hä? Mit mir gegessen und miteinander. Ja. Warum kann er mich schlagen, aber ich ihn nicht? Nur muss drauf vorn, wie so eine Muschi. Das ist witzig. Okay, sorry. Soll ich jetzt nicht willkommen. Ja, nochmal eine kleine Info an meine Abonnenten da draußen. Und zwar habe ich jetzt das Video so rausgebracht, aus dem einfachen Grunde. Wir, eigentlich, wie ihr wisst, kommt ja immer montags und mittwochs sowie freitags. Attack of the Beat Team mit den Zockerpappen für Dekado. Warum diese Woche nix kam, erfahrt ihr am Montag im Video. Und, ähm, ja, es wird halt was. Oh, jetzt kommt ja immer. Jetzt kommt ja immer. Oh, oh, nein. Doch. Und es wird halt was. 30 Sekunden bevor es zu Ende ist, dass die Unterweichern war. Ja, passt. Also, es wird halt sich ein bisschen was ändern. Also, ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht so übel. Und deswegen kommt dieses erst mal jetzt zum Freitag dieses Video. Und, naja. Wir sind einfach gespannt, was kommt, ne? Würde ich sagen. Yo. Ihr müsst einfach auf alles schlagen, was nicht Nied und Nagelfiss ist, ne? Man, ich schiebe mich auch einfach immer ein Wilder. Also, hier kannst du so oder so kaum was sein, weil du, wenn du, wenn du, weiß ich nicht. Gut gemacht. Wollen wir jetzt ne Runde, äh, hi, ah, hi, ich ziehe ich ja schon. Äh, Blockparty, Partyblock? Ja. Ja, bei mir? Ja, ich hab nicht zehn. Gut, ich hab nicht. Gut, ich hab nicht. Und so jetzt. Rennen wir zur Partyblock. Werbung ist, was ist? Sie können auch ein bisschen achteren. Yo. Okay, wie ist das überhaupt gekommen? YouTube zu machen? YouTube zu machen. Ja, machen, YouTube. Ich mache YouTube. Nein, nein, also ich hab. nun hat früher schon mal das machen wollten natürlich Kronk und so er mehr den Rest dort besucht und die Krühe so zu haben das wäre schon geil aber um ja das war ich so da mein Anfangsgrund so okay warte ich dann habe ich jetzt mal wir gehen ein Lobby BP 32 BD ihr müsst eigentlich nur einlaufen und gerade auch durch auf der linken Seite ich hab das Drecks Ding noch gar nicht gefunden das Spiel ja okay ist sowieso schon voll verkackt wir müssen ganz schnell sein hier Restart und hat drei Spiele 50 48 und 57 wir gehen in 50 okay okay ich sehe 50 57 aber erst reingehen wenn wir alle da sind okay ist da 50 ist genau wo? auf der linken Seite bitte oder rechts? genau geradeaus rauf mittig oben rechts dann oben rechts voll 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 ja okay dann das andere nehmen und jetzt genau daneben restartet BP 61 jo ich da wie kann ich wieder lieben? ja keine ahnung einfach auf den Slime drücken in Slime genau gut okay rein 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 alle rein seid ihr drin? auf welcher? ich bin drin ja ist voll bringt nichts komm wieder raus 70 70 ja ihr dürft nicht sofort rein join ihr müsst sagen ihr seid davor und dann gucken wir jetzt komplett nach links restartet gerade 36 machen wir doch einfach alle 53 ich stehe vor 36 ich stehe vor 36 BP 40 ist gerade restartet 40? ja 40 wer ist denn 40 drin? ich bin drin ist voll ihr müsst hallo ihr müsst mal zuhören jetzt ich sag nur restarting so und dann also 27 nein 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 ich sage ja ja warte 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 ist bei 46 bis 60 ist restarting 60 so und wenn ich sage wenn ihr sagt ich sehe 60 wir bleiben jetzt die ganze zeit vor 46 bis 60 stehen jetzt restartet da gerade 58 ihr seht 58 sagt ja ich bin vor 58 und sobald ich sage jetzt alle rein ich bin 58 wer ist nicht vor 58? ich bin vor 58 ich bin vor 58 ich auch seid ihr alle vor? wer ist nicht vor 58? wo bist du denn alter am Arsch der Welt? ne ne ich finde die nur gerade nicht 50 das ist doch alles nur markiert oben um rechts ja ja um rechts aber bei mir ist da voll lobby ist voll ja ich bin jetzt gerade restarting bei 62 jetzt bleiben wir mal vor dem Ding stehen 46 62 62 bin ich jetzt auch seid ihr vor 62 62 ja ja also ich wer noch? ich auch wenn du bist du? dann geh rein ich bin drin ja ich bin auch drin seid ihr alle drin? gut ich auch boah Alter ihr habt auch Nerven die HBH oh Leute tut mir leid dass wir alles wir sind hier irgendwie das werden und halt Anfänger ihr wenn ihr auf den Kanal stößt seht ihr alles Noobs kacknoobs ne ich war alter vielleicht soll ich dir mal nimmer was für die HBH auswählen ja was für ein Lied wir auswählen was für ein Lied? nehmen wir alle das gleiche dann kommt es vielleicht dran was für ein Lied alter was hast du denn? man kann doch choose a song machen wurde du musst auch Feuerball nehmen wir alle Astronaut Rain Raider Reavings ok? ich klicke auf irgendwas drauf was für ein Lied what the fuck fuck äh FTV äh das sag ich jetzt mal lieber nicht walk on walls nämlich ich hör diese Lieder so oder so nicht hör ich auch nicht weil ich das alles ausgemacht hab Wer ist YouTuber? Ich glaube, die meisten hier rumlaufen. Jetzt passt auf. Kommt halt auf Mega The Gaming. So, Alter, jetzt geht's los. Jetzt piss ich mir aber in die Hose, Junge. Ah, ich bin drauf. Ich bin auf dem Haar. Alle, die nicht auf dem Haar sind, sind schwul. Ich bin auf dem Haar. Ich hoffe, ihr seid auch auf dem Haar. Mal gucken, wer zuerst stirbt. Also ich werde sowieso der Erste sein. Ich spiele das. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen. Alle, die jetzt runterfallen, sind gay. Ja, ich bin auf dem richtigen. Ich bin draufgeblieben. Oh, nein. Oh, oh. Nein, nein. Ja. Alter, jetzt stell dich mal nicht so an wie so ein Mädchen. Sorry. Ich wurde zurückgebrotet, Alter. Wie ich lese. Hä, ich wurde nochmal gespawnt, hat nur zwei Chancen. LOL. Ne, hat man nicht. Bin draußen. Scheiße. Ich bin doch nochmal draufgekommen. Irgendwo jetzt bestimmt in der Ecke. Ah, hier. Das ist doch die Farbe, ne? Zwei, eins. Jetzt. Alter. Ja, ich bin nicht. Alter. Alter, jetzt kommt so eine Kacke. Jetzt kommt so eine Kacke. Pass auf, ich kacke jetzt. Jetzt kacke ich ab. Ja, ja, ich lebe. Korrekt. Oh, wer wird gewinnen? Vier Leute sind es nur noch. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ey, der hat aber auch so ein Glück, ey. Wer lebt noch, wer lebt noch, wer lebt noch? Immer noch vier. Ich würde sagen, jetzt sterben viele. Ich lebe immer noch, ich lebe immer noch. Aber es leben immer noch alle vier. Ähm, kann man das nicht vorher so mit Wettbüro einführen? Nein, 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 ich bin runtergefallen, weil der Block... Nein, weißt du, warum? Ey, ihr müsst euch das Video angucken. Ich bin mitten im Dings runtergefallen. Ich habe den Block gesetzt und eigentlich spawnen ja die Blöcke wieder zurück, ne? Ja. So, und dieser Block ist nicht zurückgespawnt. Und dabei bist du... Ja, und dabei bin ich runtergeschoben worden. Ja. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal back to the hop, ne? Ja, ja, können wir machen. Weil hier ist nämlich direkt Restarting bei BPS 67. Ja. Okay, wer ist nicht davor? Ist jemand nicht davor? Äh, ich gehe jetzt rein. 67 rein, 67 rein. Okay, ich bin drin. Alle drin? Ich bin nicht drin. Ja, geh doch rein. Wo nochmal, 67? Bin nicht drin? Bin ich drin? Jawoll, bin drin. Alle heilschreiben. Ich schreibe erstmal Moinsen. Los. Hä, einer schreibt mein Fick-Geritte. Und so zwei... Boah, dieses Bärmann, ne? Mit dieser Bla-Bla-Bla, Alter, geht mir sowas auf den Nerven. Gleich in Bann geben! Was ist dieses Sperma? Ich hab bestimmt dieses Sperma. So. Fisch. Alle schreiben Hai und du nur Fisch. Der Spammer. 20 Sekunden. Okay, 20 Sekunden. 30 Sekunden, Junge. Klemm, Moment mal kurz. Oh, die Sperma, das geht mir jetzt darauf einfach zu schreiben. Ich mach den Chat-Layer einfach aus. Gleich geht's schon. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ich kann nur sagen, das hast du bei Smash nicht. Ich mach den Chat aus. Ja, hab ich auch vorgabt. So, Chat ist aus. Alter, ich glaube, in Game-Man wird der Hund in der Pfanne verrückt, Junge. Ist so. So, jetzt geht's los. Was denn komplett? Was gibt's? Was gibt's? Welche Farbe? Welche ist? Ich weiß immer nicht. Ich wechsle mir die Farben. Jetzt stelle ich mich halt in die Mitte. Ich sollte mir mal, glaube ich, der Voll-Text-Up-Pack machen, ne? Das ist, glaube ich, danach gemacht, ne? Ja. Wow, wow, wow. Oh, welches ist das? Ja, das hier ist es, glaube ich, ziemlich sicher. Nein, ich bin rausgefallen. Ich bin rausgefallen. Scheiße. Waiting. Green, green. Oh, ich hoffe, das ist das richtige fucking grün. Jawohl, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Grau, grau, grau. Oh, grau. Oh, scheiße, welches von den beiden ist es? Nein. Das war das fucking. Sieht doch eigentlich aus wie braun. Die ganze Farbe. Ich habe auch grau gesagt. Rot. Rot. Schauweine. Warum kann man hier nicht so fliegen und so spektaklen? Waiting, waiting. White, white, white. Und du kannst diese Boxen einsammeln, die da immer rumliegen, ne? Diese komischen Laser, ne? Wusstet ihr das? Ist da noch einer von euch am Leben? Nein. Dann verabschieden wir uns. Bis dahin, Leute. Und tschüss. Euer MegaTheGaming. Das heißt, wieder spielt mit mir. Und lasst es euch spielen. Tschaui. Tschüss. Tschiddulü. Tschaui.